Hallo und willkommen! In diesem Quick-Tipp-Video zeige ich dir das Unity Hub. Mit dieser Anwendung kannst du deine Projekte besser verwalten und unterschiedliche Unity-Versionen installieren. Hier unten befindet sich der Download-Button. Du findest den Download-Button aber auch hier in der Videobeschreibung, sowohl für Windows als auch für Mac. Mit einem Klick herunterladen und dann die heruntergeladene Datei einmal öffnen. Dann öffnet sich das Fenster hier mit dem Unity Hub und wenn bei dir jetzt hier auch No Versions Available Now steht, obwohl du eigentlich Unity bereits installiert hast, dann musst du dafür sorgen, dass du die aktuelle Version hier lokalisierst. Also du musst dir die Exe-Datei suchen. Du kannst auch vorher festlegen, an welchem Ort deine Unity-Versionen abgespeichert werden. Dazu klickst du auf das Zahnrad und jetzt siehst du hier Editor Folder Location. Und hier suchst du dir deinen Dateipfad. Bei mir ist das Ganze hier in den Program Files und dann Unity. Okay, Select Folder, Done. Danach lokalisierst du deine aktuelle Unity-Version. Okay, dazu klicke ich hier auf Locate a Version und jetzt suche ich mir aus meinem Dateipfad direkt einmal die Unity-Installation bzw. die Unity-Exe. Hier im Unity-Ordner, da gibt es einen Unterordner Editor und hier findest du dann ein bisschen weiter unten die Unity-Exe-Datei. Diese wählst du aus und schon ist auch deine Version hier verlinkt. In meinem Fall ist das jetzt 2017.3. Das würde auch bedeuten, jedes Projekt, das ich jetzt über den Hub hier öffne, wird mit dieser Version geöffnet. Das Coole daran ist jetzt, dass du bei deinen Projekten auch immer siehst, mit welcher Version das Ganze erstellt wurde. Also wenn ich hier auf Projects gehe, dann siehst du hier ein paar der letzten Projekte und die jeweilige Version dazu. Hier über die drei Punkte auf der rechten Seite kannst du dann auch gleich die Version festlegen. Ich habe jetzt nur eine Version installiert, das heißt, ich installiere kurz einmal eine zweite Version. Das geht über Installs und da findest du hier On My Machine, Official Releases und Beta Releases. Da klickst du einmal auf Official Releases und dann hast du hier verschiedene Versionen. Das hier ist der aktuellste Official Release. Es gibt hier auch noch einen Beta Release, der ist hier höher als 2018.1. Siehst du hier 2018.2. Okay, bei Official Release direkt auf den Download-Button klicken und dann kannst du hier auch gleich alles selektieren. Und das macht das Ganze natürlich einfacher, denn du kannst verschiedene Versionen installieren und musst dir nicht immer aus dem Internet hier den entsprechenden Installer hier herunterladen. Zusätzlich kannst du hier die einzelnen Komponenten selektieren, wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, die Standard Assets und die Beispiele benötige ich nicht, aber dafür Android, Euphoria und WebGL. Dann selektierst du alle Sachen, die du hier für diese Version installieren möchtest und klickst auf Done. Wenn wir jetzt hier zurück auf dieses On My Machine gehen, dann siehst du auch Unity 2018.1 wird jetzt hier direkt installiert. Sobald die neue Version dann auch installiert ist, hast du die Möglichkeit, dass du hier bei einem deiner Projekte auch die entsprechende Version dann auswählst. Dazu muss ich aber jetzt noch kurz warten, bis der Download bzw. die Installation abgeschlossen ist. Was ich dir auch noch zeigen möchte, ist bei diesem Projects-Tab, da gibt es diesen Eintrag in der Cloud. Das sind quasi alle Projekte, die du über Unity Collaborate gespeichert hast. Bei mir steht jetzt hier, you are not signed in. Das bedeutet, du musst dich hier erst einmal anmelden, um die Projekte dann auch zu sehen, falls du überhaupt Projekte über die Unity Cloud bzw. über Unity Collaborate gespeichert hast. So, das ist hier, die Installation ist abgeschlossen. Du kannst einzelne Komponenten auch nachinstallieren. Also, ich könnte hier auf diese Version klicken, auf die drei Punkte und dann hier Add Component. Und dann hast du hier die Auswahl der Komponenten. Du siehst auch direkt, welche Komponenten bereits installiert sind. Und wenn du jetzt hier sagst, okay, ich wollte eigentlich das Ganze auch für Linux exportieren, dann kannst du das hier selektieren und auf Done klicken. Dann wird diese Komponente hier zu deiner Version hinzugefügt bzw. heruntergeladen und installiert. Ja, und wenn wir jetzt hier auf den Project Tab gehen und du wählst hier die drei Punkte aus, dann siehst du hier, jetzt haben wir zwei verschiedene Versionen und du kannst hier auswählen, mit welcher Version du die Anwendung öffnen möchtest. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, das Build Target zu wählen. Das heißt also, das Projekt wird dann direkt mit diesen Einstellungen, mit diesen Project Settings Einstellungen für die jeweilige Plattform hier geöffnet. Dadurch, dass ich jetzt bei der 2018er Version noch die Komponente Linux installiert habe, ist das jetzt hier auch wählbar in unserem Dropdown-Menü. Neue Projekte kannst du natürlich hier über das Unity Hub auch erstellen. Dazu klickst du hier oben auf New. Dann hast du diese Übersicht, da kannst du einen Projektnamen festgeben, einen Ort, an dem dein Projekt abgespeichert ist. Also nicht die Unity-Anwendung selbst, sondern hier werden die Projekte abgespeichert bei mir jetzt. Dann wählst du die Unity-Version aus. Ich habe jetzt diese beiden Versionen. Und dann kannst du auch noch ein Template auswählen. Zusätzlich hast du dann die Möglichkeit, hier über Add Asset Package, verschiedene Asset, die du bereits für ein anderes Projekt heruntergeladen hast, wie beispielsweise ich hier, Photon Unity Networking 3. Die Übersicht hier ist ja ähnlich aufgebaut, wie wenn du Unity normal startest. Also hier Unity. Dann hast du hier auch dieses New. Und im Endeffekt sieht das fast gleich aus. Einziger Vorteil hier auf der linken Seite ist eben, dass du die Version wählen kannst, damit das gleich in der richtigen Version hier geöffnet wird. Zu guter Letzt noch der Learn-Tab. Da findest du hier erst einmal bei Getting Started interaktive Tutorials in Unity direkt. Vier verschiedene. Und es gibt hier auch Tutorial Projects. Also wenn du ein offizielles Tutorial von Unity auf der Unity-Seite hier testen möchtest, dann sind hier alle Dateien, hier alle Projektdateien, die du dafür benötigst, zum jeweiligen Tutorial, zum jeweiligen Projekt. Ja, hier findest du noch Resources. Das sind einfach verschiedene Assets, die kannst du dir aber genauso über den Asset Store laden. Und dann hast du hier noch eine Übersicht zu verschiedenen Links. Also hier Learn Unity Home. Das öffnet dann direkt die unity3d.com.de slash learn. Hier findest du viele verschiedene Informationen und auch Tutorials. Okay, soviel zur Möglichkeit, wie du mithilfe des Unity-Hubs hier verschiedene Unity-Versionen installieren kannst und auch immer auf dem aktuellen Stand bleibst und natürlich auch deine Projekte dann hier direkt verwalten kannst beziehungsweise ganz einfach über einen Klick hier die Version wechseln kannst. Wie gesagt, das Ganze befindet sich hier noch in der Beta-Version Unity Hub 0.16. Das heißt, hier wird noch das eine oder andere Feature hinzukommen. Viel Spaß mit diesem Quick-Tipp und bis zum nächsten Video. Viel Spaß mit diesem Quick-Tipp und bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!